Wann sollte man loslassen? Wann sollte man bleiben? Oder wann sollte man eben doch bleiben, um selber an schwierigen Situationen zu wachsen oder an Veränderungen mitzuwirken? Keine einfache Frage, auf die ich keine einfache Antwort habe. Im Grunde genommen würde ich Dir raten, lies die Bhagavad-Gita. Ich habe ja auch einen Kommentar zur Bhagavad-Gita geschrieben. Und das ist ja die Hauptfrage, die Arjuna, der Schüler an Krishna, den Lehrer, stellt. Arjuna ist in einer sehr schwierigen Situation, aber am liebsten würde er weglaufen. Und er fragt Arjuna, soll ich weglaufen oder hierbleiben? Und Krishna antwortet 18 Kapitel lang, 700 Phasen, mehrere Stunden. Er führt sogar Arjuna in die Meditation, ins Überbewusstsein. Und danach weiß Arjuna, was zu tun ist. Es gibt verschiedene Aspekte. Zunächst einmal gibt es ja auch dieses alte Mystiker-Gebet, was Du auch sprechen kannst und was Dir helfen kann. Oh Gott, gib mir den Mut und die Energie, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden. Zunächst einmal kannst Du überlegen, kann ich da etwas ändern? Also wenn es schwierig ist, dann ändere etwas. Versuche es zu ändern. Versuche an der Situation zu wachsen. Du könntest fragen, was kann ich lernen in der Situation? Was ist meine Aufgabe? Welche positiven Eigenschaften kann ich entwickeln? Und dann kannst Du auch überlegen, was habe ich bisher gemacht? Was bringt es mir? Könnte ich es vielleicht anders machen? Und dann gibt es einen anderen Weg, das zu tun. Und dann probiere es aus. Und wenn Du mehrmals etwas probiert hast und es funktioniert nicht, dann eben gib es auf und mache etwas anderes. Es hängt jetzt natürlich mit der Person auch zusammen. Angenommen, Ihr seid verheiratet und habt Kinder, dann gilt es, sehr viel mehr zu probieren. Angenommen, Ihr seid frisch verliebt und nach ein paar Wochen oder Monaten oder Tagen kommen die ersten schweren Krisen und Ihr habt Euch nach drei Monaten viermal schon fast getrennt. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder angenommen, Du bist in einer Firma und Du hast dort irgendeinen Job, Du streitest Dich mit Kollegen, Du hast einen Chef, der Dich nicht wertschätzt und letztlich, das ist einfach nur ein Job, da ist nicht wirklich etwas, wo Du spirituell wachsen kannst und Du kannst auch wenig Gutes bewirken. Dann mein Tipp, hör auf damit. Was soll's? Wenn Du einen anderen Job bekommen kannst, hör auf, an einem Ort zu bleiben mit Personen, wo Du wenig Gutes bewirken kannst. Also es gibt gewisse Unterschiede. Wenn es eine Person ist, der Du ein Versprechen gemacht hast, zum Beispiel Heiratsversprechen, dann sei ernsthafter. Wenn Kinder involviert sind, probiere noch mehr. Wenn das Ganze etwas ist zum Wohl einer Menschheit, dann überlege auch mehr. Angenommen zum Beispiel, Du bist in einer Bürgerinitiative, die Gutes bewirken will und Du kommst in Konflikte mit den Menschen. Dann probiere ruhig mehr und anders und halte einiges aus. Überlege, warum bin ich mit diesen Menschen zusammen? Warum bin ich an diesem Ort? Wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, dann halte mehr aus. Wenn es aber kein gemeinsames Ziel gibt, dann gehe früher. Und nur dann, wenn Du merkst, dass das Zusammensein oder das Bleiben an diesem Ort und das Zusammenbleiben mit diesem Menschen nicht hilft, dass Du ein übergeordnetes Ziel voranbringst, und Du mehrmals probiert hast, dann leite Veränderungen ein und verlasse Ort oder Person. Das sind jetzt nur ein paar allgemeine Aussagen. Es hängt natürlich sehr viel von der Situation ab. Und im Zweifelsfall würde ich Dir raten, bete zu Gott. Bitte Gott um Hilfe, bitte Gott um Führung. Bitte Dein Meister um Führung. Fass da ein, zwei oder drei Tage. Meditiere. Intensiviere Deine spirituelle Praxis. Normalerweise sagt man in einem Gshippta oder Mudha-Zustand, triff keine wichtige Entscheidung. Also in keinem Zustand der Unruhe, Gshippta, Verzweiflung und auch in keinem Zustand der Trägheit, Mudha. Stattdessen, geh vielleicht einen Ashram. Verbringe ein paar Tage in der Meditation. Löse Dich und intensiviere Deine Praktiken. Erst dann triff eine wichtige Entscheidung. Du kannst auch überlegen, wie wäre es, wenn ich die Entscheidung so und so treffe. Welche Möglichkeiten habe ich? Was gibt es noch für Alternativen? Mehr Informationen über spirituelle Entscheidungsfindung findest Du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort kannst Du zum Beispiel auch einen Suchbegriff eingeben Entscheidung oder wie entscheiden oder geh zur Bhagavad Gita.